Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ich muss mich jetzt extremst beeilen. Alkan und Mo sind auf dem Weg zum Büro. Hat sogar gereimt. So, ich habe eine Klobürste, eine frische, neue halt. Ich habe hier so ein Fake-Nutella und Food Spray. Ich werde Nutella draufschmieren und etwas. Das stinkt nach Scheiße, richtig ekelhaft. Die komplette Bürste werde ich mit dem Spray voll sprühen und dann werde ich richtig Theater machen. Ich werde sagen, ey, was war hier los im Büro? Wer hat wieder voll geschissen auf die Tötte? Guck mal, wie das Ding hier aussieht. Kann das manchmal sauber machen. Und dann werde ich das einem von den beiden Jungs ins Gesicht schmieren. Mal schauen, wie die reagieren werden. Ich muss mich beeilen. So, los geht's. 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 Bist du behindert oder was, Alter? Komm mal ab, Mann! Warte, verpiss dich mal! Ey, seid ihr behindert oder was, Alter? Seid ihr behindert oder was, Alter? Seid ihr behindert? Ey! Aber warum ist deine Rätsel so krass? Bruder, ich hasse sowas! Ich kotze unter sowas! Ey! Ihr wollt euch jetzt Kacke zeigen oder was? Guru! Ich hasse sowas! Ich kann mich vermissen! Guru, du Wichser! Ey, kann mal sein! Bruder, wer von euch auf der Twitter hat gekackt, ja? Wer von deinen Freunden war das? Da, mach mal weg, Bruder! Bruder, hör doch auf! Jafis! Bruder, die haben Klubwürste einfach mit Kacke gelassen da! Ja, nochmal! Geh mal weg da! Geh mal weg da! Er sagt, wo war das? Ich schwöre auf mein Leben, wenn ich einmal hier Klubwürste benutze habe, soll ich auf der Stelle sterben! Noch nie, Bruder! Ey, mach das mal weg da! Da haben wir jetzt schon mal! Ich hab' mir nie Klubwürste hier benutzt! Ey, mach das doch einfach weg! Oh nein, geh doch mal weg da! Du bist so behinder! Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Ey! Was ist denn? Was ist denn? Ey! Oh mein Gott! Das ist echt, Mann! Das ist echt, Mann! Oh mein Gott! Das ist echt, Mann! Ey! Große Version! Oh mein Gott! Der Wichser, ey! Was ist denn so? Ey, das schickt aber echt! Wo ist denn so? Ey, ich hab mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich gemacht habe, ich schwöre! Ey! Ich schwöre auf mein Leben! Ey, ich war am überlegen jetzt! Ich war am überlegen! Wie krass soll ich jetzt ausrassen? Soll ich den bringen? Dann dachte ich mir, ne, jetzt bitte nicht! Der hat das doch jetzt niemals gemacht, Alter! Oh mein Gott! Ey, mach das jetzt mal! Komm mal drin! Ah, Alter! Tschüss! Ich bin auch noch nicht! Bin ich jetzt auch in diesem Video drin, letztes Mal? Es gab Zeit zu machen, ne? Ich hab das heute Mittag schon machen, hab ich es geschafft! Boah, weißt du, wie ekelhaft ich sowas finde! Aber das war zu krass, dass er mir das in Gesicht geschmiert hat! Das war niemals ernst! Das will ich niemals machen! Ich guck hier auf! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ich hab noch nie einen Club! Ich hab noch nie einen Club! Ich hab noch nie einen Club! Das war schon krass! Ich guck, der rennt einfach! Ja, ich bin so! Das ist übertrieben ekelhaft! Ich hab das und sowas! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Hast du denn diesen neuen Club bist du gehört? Ja, die ist nagelneu! Wo ist denn die alte? Ey! Unterm Ding da, Schatz! Oh, warte! Guck da unten! Hier unten! Hier unten! Hier unten ist die alte! Hier unten ist die alte! Hier unten ist die alte! Und hier! Warte mal, ey! Das ist ne neue, Mann! Das ist ne neue! Du hast die alte benutzt! Nein, das ist die neue! Warum ist denn hier noch? Haben wir noch eine neue gehabt? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Die alte ist da drunter! Was? Warte! Scheiße! Wo denn? Nein! Ganz unten! Da drunter! Ganz unten! Unter dem Ding! Oh, Mann! Gott sei Dank, Alter! Ich dachte schon! Ich dachte, du warst der jetzt! Abonniert unseren Kanal! Leute, wie drastet ihr jetzt richtig aus! Also, ich hab wieder voll viele Ideen! Ich werde jetzt wieder einige Leute pranken, auf jeden Fall! Folgt uns auf Snapchat, folgt uns auf Instagram! Ey, das ist doch einfach zu geil! Wie gesagt, Leute! Abonniert unseren Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst! Ganz, ganz wichtig! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Peace! Geht doch mal dick damit! Bist du weh? Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn?